Ich durfte vor sechs Jahren beim Deutschen Fussballbund die UEFA Torwarttrainer A-Lizenz als ausländischer Gast absolvieren. Der DFB hatte diesen Kurs zum ersten Mal mit EduBreak bestückt. Dort bin ich als Teilnehmer das erste Mal in Berührung gekommen. Ich habe mich relativ schnell verliebt in das Tool. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das Tool uns sehr hilfreich sein könnte. Und ja, nach dem Abschluss in Deutschland habe ich den Weg zu dir gefunden oder Zeug gefunden. Und so ist schlussendlich unsere erfolgreiche Zusammenarbeit entstanden. Ich könnte mich nicht mehr vorstellen, jetzt ein Kurs in diese Wichtigkeit wie eine A-Lizenz im Torwarttrainingbereich ohne EduBreak leiten zu müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.